Hallo und herzlich Willkommen zu The Calling – Folge Deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen – im Business und privat. Vor zwei Wochen haben wir über das Imposter-Syndrom gesprochen und darüber, wie es erfolgreiche Frauen und natürlich noch viele, viele andere und auch Männer dazu führt, dass sie, obwohl sie nach außen hin erfolgreich kraftvoll wirken, sich im Innen doch eher klein fühlen, nicht gut genug, nicht schön genug und sich aufgrund dessen vielfach gerade da zurücknehmen, wo genau das Gegenteil gefordert ist. Heute möchte ich mit dir – daran arbeiten ist sicherlich der falsche Ausdruck – aber ich möchte dir einfach eine Möglichkeit aufzeigen, wie du dich von dem Imposter-Syndrom lösen kannst. Wie du weißt, bin ich jetzt seit 20 Jahren als Coach, Trainer und Mentor unterwegs, um Menschen dabei zu unterstützen, die Transformation durchzuführen, die sie in das Leben führt, was sie sich so sehr wünschen. Und in dieser Zeit mit meiner Transformationsarbeit Quantum Energy habe ich unglaublich viele Übungen entwickelt, Konzepte gebaut, die dazu führen, dass Menschen sich wirklich von allem freimachen können, was sie in irgendeiner Art und Weise hindert. Und das nutzen wir heute, um dir die Möglichkeit zu geben, dich immer und immer mehr vom Imposter-Syndrom zu lösen. Doch bevor wir das machen, mag ich dir von dem Modell des Lebens erzählen, welches ich – ich weiß gar nicht, wann das war – 2009 oder 2010 entwickelt habe und welches dir aufzeigt, warum du so bist, wie du bist, warum du manchmal strahlst und in anderen Momenten genau das Gegenteil hast, warum du dich begrenzt, warum du Ängste, Zweifel hast, aber auch, warum du in gewissen Situationen deine Gaben so richtig voll auslebst. Das Modell des Lebens findest du, ich glaube, in all meinen Büchern wieder, weil ich es so schön einfach finde, zu erkennen, warum unser Leben so ist, wie es ist und was letztendlich unsere Identität ausmacht. Wir sind, so sagt zumindest die neue Biologie, innerhalb der ersten bis vier, sechs Jahre unseres Lebens ausgeprägt. Warum? Ganz einfach, weil unser neuronales Netzwerk noch nicht so stark ausgeprägt ist, eigenes Bewusstsein zu – jetzt fällt mir das richtige Wort dafür nicht ein – einfach Bewusstsein aufzubauen. Das heißt, alles, was wir von außen hören, von den Erwachsenen, nehmen wir ungefiltert auf und es landet direkt in unser Unterbewusstsein. Und da wir ja wissen, dass wir 95 Prozent des Tages unbewusst unterwegs sind, quasi auf Autopilot laufen, ist es auch kein Wunder, dass wir das Leben führen, welches wir führen. Das heißt, alles, was du damals von den Erwachsenen gehört hast, wer du bist, wie du bist, was du zu tun hast, was du zu lassen hast, wie die Welt zu sein scheint, was du dir angeschaut hast, meistens natürlich von deinen Eltern. Dann denk daran, als kleines Kind waren sie die beiden Götter für dich und du hättest sicherlich niemals in Frage gestellt, dass das, was sie tun oder das, was sie sagen, in irgendeiner Art und Weise nicht richtig sein kann. Und deswegen haben wir das angenommen, was Mama und Papa damals über uns gesagt haben, was wir gesehen haben, was sie uns vorgelebt haben, was wir in den Medien gesehen haben und so weiter und so fort. Und das hat uns, wie gesagt, in den ersten vier bis sechs Jahren fast vollständig ausgeprägt und aus dieser Prägung heraus haben wir unsere Identität entwickelt. Und all das, was uns eben geprägt hat, die Erwachsenen, die Medien, unsere Einstellung, unsere Werte und so weiter und so fort, die Schule, führt dazu, dass wir quasi eine gefilterte Brille aufhaben, durch die wir alle Situationen des Lebens interpretieren. Und das ist der Grund, warum du gewisse Situationen, zum Beispiel deinen letzten Urlaub, völlig anders interpretierst als dein Partner, deine Partnerin, gute Freunde, mit wem auch immer du im Urlaub gewesen bist, weil wir alle unterschiedliche gefilterte Brillen tragen. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass diese Brille jede Situation, die du erlebst, siehst, hörst, fühlst, schmeckst oder riechst, entsprechend interpretierst. Das wiederum sorgt dafür, dass du entsprechend reagierst bzw. dich verhältst. Und so wie du reagierst oder dich verhältst, wirst du natürlich entsprechende Ergebnisse in deinem Leben erfahren und erzeugen. Und das wiederum bestätigt dein Leben, deine Komfortzone, deine Prägungen und deine Konditionierung. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du kommst in irgendein Seminar, hörst von dem Modell des Lebens und sagst, ah, okay, wenn ich also jetzt mein Verhalten oder meine Reaktion verändere, dann verändere ich ja auch meine Ergebnisse. Ja, richtig, in der ersten oder auch zweiten Runde in deinem Lebenskarussell. Aber vielleicht kennst du das, dass wenn irgendwann eine Partnerschaft vorbei ist, du sagst, hey, beim nächsten Mann wird alles anders. Und aus irgendeinem Grunde findest du dich nach gewisser Zeit doch in dem gleichen Beziehungshamsterrad wieder wie zuvor. Warum? Ganz einfach, weil ein neuer Partner, eine neue Heimat, ein neuer Job nicht zu nachhaltigen Ergebnissen führt. Natürlich im ersten Moment. Die neue Partnerschaft, wenn du frisch verliebt bist, ist einfach wunderschön. Naja, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren sieht es oftmals ganz anders aus. Und das ist im Job so und das ist so, wenn du umziehst, wenn du auswanderst oder was auch immer. Weil du dich immer mitnimmst und weil du deine Prägungen immer mitnimmst. Also macht es keinen Sinn, nur dein Verhalten oder deine Reaktionen zu verändern. Das, was du verändern musst, ist das, was zwischen deinen beiden Ohren ist. Nämlich deine Prägung an sich. Neudeutsch Mindset genannt. Sprich, deine Glaubenssätze und deine Verhaltensmuster. Deswegen erzähle ich all meinen Klienten, dass es so wichtig ist, sich immer mehr zu hinterfragen, zu erforschen. Wir machen ganz viel Selbsterforschungsarbeit, um eben herauszufinden, warum mache ich bestimmte Dinge immer wieder so, ohne mir einen Kopf darüber zu machen. Wenn wir also unsere Prägungen, sprich den Filter unserer Brille verändern, dann werden wir Situationen natürlich völlig anders betrachten, was wiederum dazu führt, dass wir anders reagieren, dass wir andere Ergebnisse bekommen und diese anderen Ergebnisse bestätigen dann unsere neue Identität, unsere neuen Prägungen, unsere neuen Konditionierungen. Das ist das Modell des Lebens und das zeigt dir auf, einerseits, warum du so bist, wie du bist und andererseits, wie du das verändern kannst, um eine neue Identität anzunehmen. Und genau das wollen wir heute machen. Du hast in diesem Podcast schon darüber gehört, wie du mithilfe des Woofs, eine völlig verrückte Übung, deine inneren Qualitäten deutlich stärken kannst. Du hast auch schon in einem Podcast gehört, beziehungsweise geschaut, wo es darum geht, wie du dich von Ängsten und Zweifeln befreien kannst. Heute geht es jetzt um dein Glaubenssystem, dein Mindset. Ich möchte dir zwei Übungen dazu vorstellen. Die erste Übung ist die Übung, die bei meiner Arbeit mit Quantum Energy dafür sorgt, dass sie auf jeden Fall nachhaltig ist. Warum? Ganz einfach. Weil es fast immer unser Verstand ist, der uns von erfolgreichen Veränderungen abhält. Warum? Ganz einfach. Unser Verstand oder noch viel besser unser Ego hat einen einzigen Auftrag, nämlich unser Überleben zu sichern. Und diesen Auftrag verfolgt es vehement. Es kennt dich so gut, dass es alles tun wird, um in irgendeiner Art und Weise erfolgreiche Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Warum sollte es denn jetzt erfolgreiche Veränderungen rückgängig machen? Ganz einfach. Das Ding ist, dass so intelligent unser Ego im Prinzip auch sein müsste, weil es ja unser Mindset ausmacht, es sich doch immer noch aus den frühkindlichen Prägungen, nämlich der ersten vier bis sechs Jahre, nähert. Das heißt, quasi ist das Ego in diesem Alter stehen geblieben. Und weil es immer noch aus den Augen des kleinen Kindes schaut, ist natürlich jede besondere Veränderung, sie könnte gefährlich sein, sie könnte bedrohlich sein. Und das ist der Grund, warum unser Ego Veränderung überhaupt nicht mag und alles dafür tut, dass Veränderungen möglichst nicht so gut laufen, wie du es dir wünschst. Die Kontaktaufnahme, diese erste Übung, die wir jetzt machen, sorgt dafür, dass du dein Ego vom Manipulierer zum Unterstützer machst. Und du findest heraus, worauf dich das, was dich schmerzt, was dich hindert, was deine Angst ist, was dein Zweifel ist und so weiter und so fort, worauf dich das hinweisen möchte. Nimm doch jetzt mal einen Glaubenssatz. Wir sind ja beim Thema Imposter-Syndrom, der dich davon abhält, wirklich deine pure, weibliche, authentische Kraft zu leben. Und wir nehmen mal den Glaubenssatz, dass du nicht gut genug bist. Ich würde mal spontan behaupten, einer der meisten Glaubenssätze, den Menschen in sich tragen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Du kannst natürlich auch, wenn du diesen Glaubenssatz nicht in dir trägst, jeden anderen beliebigen Satz nehmen. Mach jetzt bitte Folgendes. Lehn dich zurück in deinem Stuhl, in deinem Sofa, wo auch immer du gerade bist und schließ deine Augen. Wenn du jetzt an diesen dich begrenzenden Glaubenssatz denkst, wo in deinem Körper fühlst du ihn? Leg dort mal eine Hand hin. Und wenn du das gemacht hast, dann geh mal in dieses Gefühl und zwar so tief hinein, bis du bemerkst, dass du in Kontakt mit diesem Gefühl bist. Wenn du dazu ein wenig länger brauchst, dann stoppe einfach die Aufnahme und mach dann wieder an, wenn du wirklich in Kontakt mit dem Gefühl bist. Es geht jetzt also nicht um den Glaubenssatz, sondern um das Gefühl, das es in dir auslöst. Hast du es? Bist du in Kontakt? Wunderbar. Frag jetzt bitte mal dein Gefühl, ob es auch mit dir in Kontakt gehen möchte. Wichtig ist dabei, dass jede Antwort, die jetzt aus dem Gefühl kommt, nicht aus deinem Verstand kommt, weil der hat sofort eine wunderbare Antwort. Doch die kennst du eh bereits, die brauchen wir nicht. Wir wollen an die Antworten kommen, die du noch nicht kennst. Also frag jetzt bitte mal dein Gefühl, ob es auch mit dir in Kontakt gehen möchte. Wenn es das aus irgendeinem Grunde nicht möchte, dann machst du folgendes. Du nimmst das Gefühl in dein Herz, das Zentrum deiner Liebe und durchflutest es mal mit deiner Liebe. In 98, wenn nicht sogar 100% der Fälle, wird danach das Gefühl gerne mit dir in Kontakt gehen. Weil oftmals ist ja dieser negative Glaubenssatz etwas, was wir ablehnen und wer will schon abgelehnt werden. Nehmen wir es jedoch in die Liebe, dann ist es, wie gesagt, in fast 100% der Fälle auch ebenso bereit, mit dir in Kontakt zu gehen. Wenn es also mit dir in Kontakt gehen möchte, dann frage das Gefühl folgende Frage. Liebes Gefühl, worauf möchtest du mich hinweisen? Oftmals kommt die Antwort recht schnell, sei es mit Worten, sei es mit einem Gefühl oder einem Bild, was du siehst. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, dann drück wieder die Pause-Taste, bis du es hast, bis du eine Antwort bekommen hast. Und wenn du die Antwort bekommen hast, dann frage dich, bist du bereit, das, worauf dich das Gefühl hinweisen möchte, tatsächlich im Alltag umzusetzen? Es ist enorm wichtig, denn wenn ich eins in den 20 Jahren meiner Arbeit jetzt erfahren habe, ist dann, dass egal, was du hast, ob du Schmerzen hast, ob du eine Krankheit hast, ob du Ängste, Zweifel hast, Glaubenssätze oder, 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 dass alles nur dazu da ist, um uns auf etwas hinzuweisen, nämlich unser Leben zu verbessern. Weil wir irgendwie dafür sorgen, dass unser Leben nicht so ist, wie es sein könnte. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dem Hinweis, der dir das Gefühl jetzt gibt, auf jeden Fall folgst. Und wenn du also bereit bist, dem zu folgen, dann frage das Gefühl, Liebesgefühl, wenn ich also dem jetzt folge, ist deine Aufgabe dann erfüllt? In den meisten Fällen ist das so. Manchmal braucht es noch ein wenig mehr. Ja, und dann darfst du weiter fragen, worauf möchtest du mich noch hinweisen, Liebesgefühl? Bis du alles hast und mit der Frage ist dann deine Aufgabe erfüllt, das Gefühl auf jeden Fall Ja sagt. Frage dich dann, was für eine innere Ressource, was für eine Qualität bräuchtest du, um das, worauf dich das Gefühl hinweisen möchte, auch wirklich gut im Alltag durchführen zu können. Vielleicht brauchst du mehr Mut, vielleicht brauchst du mehr Frieden, vielleicht brauchst du mehr Leichtigkeit, was auch immer es ist. Spür mal in dich hinein, was könntest du benötigen. Wenn nichts, wunderbar. Wenn doch, dann nenne deinem Gefühl das, was du brauchst. Und frage dann das Gefühl, Liebesgefühl, wenn ich also das mache, worauf du mich hinweist, bist du dann bereit, mich dabei zu unterstützen, mehr Leichtigkeit, mehr Mut, mehr Power, mehr Kraft, was auch immer, zu bekommen? Meine Erfahrung ist, dass fast immer ein Ja kommt. Denn letztendlich, wie gesagt, will dich das Gefühl ja nur dazu bringen, dass du dein Leben verbesserst. Wenn du also irgendwann mal eine Antwort bekommst, die dazu führt, dass dein Leben nicht besser, sondern eher schlechter wird, und dann kann ich dir zu fast 100 Prozent sagen, kam diese Antwort aus deinem Kopf. Denn was auch immer wir im Leben haben, wie schrecklich wir auch immer das finden, es will uns doch nur darauf hinweisen, unser Leben zu verbessern. Es will uns nichts Schlechtes, selbst wenn sich das so anfühlt. Okay, wenn also das Gefühl jetzt sagt, jo, ich bin bereit, dich dabei zu unterstützen, kommt jetzt der wichtigste Part der Kontaktaufnahme, nämlich der Deal, die Vereinbarung, die ihr beiden trefft. Dass du ab jetzt das machst, worauf dich dein Gefühl hinweisen möchte und dass dein Gefühl ab jetzt eine neue Aufgabe übernimmt, nämlich dich zu unterstützen. Wie ihr diesen Deal eingeht, ist mir dabei völlig egal. Ob ihr euch umarmt, ob ihr euch die Hand gebt, ob ihr euch knutscht, ob ihr einen Vertrag unterschreibt, das überlasse ich ganz dir. Wichtig ist, dass du diesen Deal machst, weil mit diesem Deal besiegelst du etwas, und zwar eine glückliche Zukunft. Mach dann also diesen Deal und frag dann sicherheitshalber nochmal dein Gefühl, liebes Gefühl, was wirst du tun, sollte ich meinen Deal, warum auch immer, nicht einhalten oder mal vergessen. In den meisten Fällen wird dann das Alte wiederkommen. Manchmal kommt auch was anderes, dass du gezwickt wirst oder oder oder. Wichtig ist, dass du erkennst, wenn das dann mal passiert, dass du deinem Deal nicht nachgekommen bist. Bedanke dich dann bei dem Gefühl und lass es wieder ziehen. Das war schon die Kontaktaufnahme. Manchmal ist sie ein wenig komplizierter, sodass du nicht gleich an den Kern kommst, doch in vielen Fällen kommst du relativ schnell darauf, worauf dich das Thema hinweisen will. So, jetzt weißt du zwei Dinge. Das eine, worauf dich das Gefühl hinweisen will. Das andere, was du tun kannst, um eine wirkliche Veränderung, eine positive Veränderung in deinem Leben hervorzurufen. Und du hast mit dieser Übung ganz nebenbei dein Ego vom Manipulierer zum Unterstützer gemacht. Nämlich vorher, wo es dich geärgert hat mit dem Glaubenssatz, jetzt, dass es dich unterstützt mit dieser neuen Qualität. Und dafür liebe ich diese Übung, die schon Zehntausenden von Menschen zu einem besseren Leben verholfen hat. Wenn du magst, kannst du dir gerne die Übung auch auf meiner Seite quantum-energy.de herunterladen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Auf der Startseite findest du rechts die Möglichkeit, die Übung downzuloden. Dort steht sie einmal kompakt und aber auch in Kurzform, sodass du sie immer mal wieder nutzen kannst. Irgendwann, wenn du sie immer wieder nutzt, die Kontaktaufnahme bei Themen, die dich begrenzen, wirst du sie wahrscheinlich verkürzen, weil es dann viel schneller geht. Am Anfang ist es gut, das wirklich bis zum Schluss durchzuführen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Übung Kontaktaufnahme, die einen wirklichen Unterschied in deinem Leben machen wird. Was du jetzt machen kannst, nachdem du die Kontaktaufnahme durchgeführt hast, ist der sogenannte Future Pace. Wenn du das NLP, das Neurolinguistische Programmieren kennst, dann weißt du, was der Future Pace ist, nämlich ein Zukunftstest. Das heißt für dich, stell dir mal eine Situation in der Zukunft vor, in der du normalerweise von deinem begrenzenden Glaubenssatz tatsächlich auch behindert wirst. Geh mal in die Zukunft, fühl dich mal rein in die Situation, ob es sich immer noch limitierend oder begrenzend anfühlt. Wahrscheinlich nicht mehr unbedingt, weil aus irgendeinem Grunde uns das Gefühl einen Vertrauensvorschuss gibt. Wenn dem doch tatsächlich immer noch so sein sollte, möchte ich dir jetzt die zweite Übung vorstellen, mit der du alle Glaubenssätze, vielleicht mit Ausnahme der ganz, ganz tiefsitzenden, verändern kannst. Und diese Übung möchte ich dir jetzt vorstellen. Dazu brauchst du jetzt Stift und Papier, wo du als erstes nochmal deinen dich begrenzenden Glaubenssatz aufschreibst. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Nachdem du das gemacht hast, stell dir die Frage, was wäre das positive Pendant deines dich begrenzenden Glaubenssatzes? Was wäre also das richtig tolle, viel, viel bessere, die Kehrseite der Medaille? In diesem Fall, ich bin brillant und genau richtig so, wie ich bin. Meine Empfehlung, dieser neue Satz, den du dir jetzt erdenkst, den du dir jetzt erfühlst, sollte ein wahres Kribbeln oder Gänsehaut in dir hervorrufen. Wenn das so ist, hast du genau den richtigen Satz für dich erdacht. Das wird nämlich dein neuer Glaubenssatz, der sich in deinem System verfestigen wird. Schreib also jetzt den neuen Glaubenssatz direkt darunter. Wenn du das gemacht hast, dann schau dir nochmal beide Glaubenssätze an, den positiven und den negativen. Lehn dich dann wieder zurück in deinem Stuhl, auf deinem Sofa, wo auch immer du gerade bist, schließ deine Augen und fiel erneut in deinen Körper oder aber in dein Energiefeld. Das Quantenfeld, dein persönliches Quantenfeld, Aura, wie auch immer du es nennen möchtest, ist dabei völlig egal. Wo in, an deinem Körper oder außerhalb deines Körpers, sprich in deinem Energiefeld, nimmst du die Energie des dich begrenzenden Glaubenssatzes wahr. Dort legst du jetzt einmal eine Hand hin, egal welche. Dann denke bitte einmal an den neuen positiven Glaubenssatz. In dem Moment, wo du diesen Glaubenssatz einmal gedacht hast, manifestiert sich ganz automatisch die Energie in deinem Energiefeld. Fühle jetzt hin, wo nimmst du die Energie des neuen, förderlichen Glaubenssatzes wahr. Dort legst du die andere Hand hin. Jetzt kommt Magie ins Spiel. Nein, eigentlich pure Quantenphysik, aber es fühlt sich tatsächlich magisch an. Jetzt machst du Folgendes. Erst zuhören, dann machen bitte. Du konzentrierst dich nur noch auf deine beiden Hände. Die eine Hand liegt an dem Punkt, wo dein begrenzender Glaubenssatz ist. Die andere Hand liegt an dem Punkt, wo dein förderlicher Glaubenssatz ist. Konzentrier dich nur noch auf deine beiden Hände. Irgendwann wirst du bemerken, dass sich etwas verändert. Das kann ein Kribbeln in deinen Händen sein, die können warm werden. Es kann sein, dass wenn du aufrecht sitzt, dass du leicht anfängst zu schwanken. Meine Empfehlung wäre sogar, stell dich hin und hab einen Stuhl oder ein Bett oder dein Sofa hinter dir. Denn es könnte sogar sein, dass die Energie, die sich aufbaut, so stark wird, dass du in deinen Stuhl oder das Sofa gepresst wirst. Vorausgesetzt, du lässt es zu. Das heißt, hab also dann nicht stramme Beine und steh nicht da wie eine echte deutsche Eiche, sondern steh ganz locker da. Und lass dem, was passiert, freien Lauf. Mach das jetzt und in dem Moment, ganz wichtig, wo du diese kleine Veränderung oder auch größere Veränderung, weil wenn es dich ins Sofa presst, dann ist das ja schon eine ordentliche Geschichte. In dem Moment, wo du das bemerkst, denkst du das Wort transformiert. Mehr nicht, einfach nur transformiert. Und dann nimm wahr, was in dir und deinem Körper passiert. Viel Freude dabei. Nimm dir die Zeit, die es braucht. Denk da dran, solltest du umfallen, solltest du die Veränderung bemerken, lass die Augen geschlossen und spüre einfach nach. Und, wie fühlt es sich an? Mach doch jetzt nochmal den Future Pace, den Zukunftstest. Sprich, geh nochmal in die Zukunft, stell dir eine Situation vor, wo dich bis gerade eben noch dein begrenzender Glaubenssatz wirklich hindern würde, irgendetwas zu tun oder vielleicht sogar dich schlecht zu fühlen. Wie nimmst du es jetzt wahr? Kann es sein, dass das Gefühl dazu jetzt eher neutral ist? Vielleicht sogar positiv oder wie einige berichten, sie sich überhaupt nicht mehr an den begrenzenden Glaubenssatz erinnern können, weil er aus dem Energiefeld verschwunden ist? All diese Dinge habe ich bei Tausenden von den Menschen, mit denen ich daran gearbeitet habe, schon erlebt. Doch die größte Erfahrung ist die, dass sich wirklich was verändert hat. Die Transformation hat im wahrsten Sinne des Wortes einiges in deinem Leben verändert. Und wenn du im Vorfeld die Kontaktaufnahme gemacht hast, die wir vorhin gemacht haben, wirst du diese Veränderung nachhaltig in deinem Leben erleben können. Das ist die Magie, von der ich gesprochen habe. Und das ist das, was ich seit, ich habe 2003 mit dem neurolinguistischen Programmieren, dem NLP angefangen, habe sehr, sehr intensiv damit gearbeitet. Habe dann Ende 2008 die neuen Transformationsweisen kennengelernt, die noch viel einfacher, noch leichter und sogar spielend leicht zu erlernen sind und habe sie daraufhin in mein Leben genommen. Habe mir alles angeschaut, was es zu diesen neuen Transformationsweisen gibt, die wunderbarerweise von der neuen Wissenschaft auf einfache Art und Weise erklärt werden. Habe also auch mir eine Riesenbibliothek an Quantenphysik, Biologie, Biophysik und so weiter alles mir angeeignet und festgestellt, ah, so funktioniert das also. Und das hat dafür gesorgt, dass mittlerweile in jedem Coaching, das ich durchführe, so radikale Veränderungen stattfinden können, dauerhafte Veränderungen stattfinden können, dass, ja, die meisten einfach nur staunen. Und ich bin einfach so dankbar, was diese Arbeit für einen Unterschied im Leben der Menschen macht. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass auch du diese Veränderung jetzt in dir spüren kannst. Und auch diese Übung kannst du natürlich zu allen Glaubenssätzen machen, die du in dir erkannt hast. Doch denk daran, mach zu jedem Glaubenssatz, den du mit dieser Übung von eben transformierst, auch die Kontaktaufnahme. Und du wirst feststellen, wenn du jede Menge Deals machst, dass du sie irgendwann nicht mehr einhalten kannst. Deswegen Schritt für Schritt die Glaubenssätze verändern, einen nach dem anderen und nicht alles auf einmal. So, du Liebe, ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche, ganz viel Freude mit diesen beiden Übungen. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, was du erlebt hast. Ich freue mich, wenn du bei YouTube diesem Video einen Daumen hoch gibst, mich dort abonnierst oder aber bei iTunes auch eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Vorausgesetzt natürlich, das hat dir hier richtig gut gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem weiteren Interview. Lass dich also überraschen. Und in zwei Wochen geht es dann wieder an was Weiteres kraftvolles. In diesem Sinne, alles Liebe jetzt hier, nicht mehr von Ibiza, sondern von Altea, wo ich vor zwei Wochen umgezogen bin. Bis bald. Ciao, ciao. Danke, dass du in meinem Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann empfehle ich ihn gern weiter. Gib mir bei YouTube ein Like und bewerte ihn bei iTunes. Ich danke dir sehr. Diese außergewöhnliche Zeit zeigt es mehr denn je. Es ist definitiv an der Zeit aufzustehen, endlich deinen Platz einzunehmen und dein volles Potenzial zu leben. Damit niemand mehr jemals seine Macht an dir missbraucht oder du dich missbrauchen lässt. Willst du deine pure Kraft leben, dir Freiheit, Leichtigkeit und spürbare Lebensqualität zurückholen? Sehnst du dich danach, deine pure weibliche Kraft privat wie aber auch beruflich souverän auszuleben? Auf Augenhöhe mit jedem zu sein, Klarheit über dein Leben zu haben und deine Schöpferkraft voll auszuleben? Dann wird es Zeit, dass die Sehnsucht ein Ende hat. Denn in Empower Yourself, dem Intensivbootcamp, welches im Oktober startet, finden sich Menschen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen und persönlich auf ein völlig neues Level wachsen wollen. Menschen, die bereit sind, an nur vier Tagen alles zu geben, über sich selbst hinaus zu wachsen und für sich voll und ganz einstehen werden. Die jedoch keine blanke Theorie wollen, sondern sofort anwendbare Praxis, intensive Aufgaben, Übungen, Live-Coaching und intensive Betreuung im Nachhinein natürlich für die Nachhaltigkeit. Menschen, die bereit sind, ihr ganz authentisches Selbst zu zeigen und vor Selbstvertrauen und Selbstliebe zu strahlen. Was erwartet dich nun an diesen vier Tagen? Du lernst, 100% Ja zu sagen zu deinem Leben und deinen Weg in aller Konsequenz zu gehen. Du führst intensive und kraftvolle Visualisierung und Meditationen durch, um in Kontakt mit deiner Allmacht und deiner Herzenskraft zu kommen. Du lernst, dich von der Ohnmacht in deine Macht zu führen. Du lernst den respektvollen, integralen Umgang mit dieser Macht. Natürlich in Ausrichtung auf Liebe. Denn wie die Macht da draußen missbraucht wird, das brauche ich dir sicherlich nicht zu sagen. Und unser Ego ist geil auf Macht. Sorry für den Ausdruck, unser Ego ist geil auf Macht und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich dabei total auf die Liebe auszurichten. Du erkennst die männliche und die weibliche Seite der Macht und integrierst beide in dein Leben. Du bringst deine männlichen und weiblichen Anteile in die richtige Balance. Nimmst an kraftvollen Ritualen teil, unter anderem auch an Feuerritualen. Du erhältst, ja, auch dein persönliches Krafttier, welches dir immer zur Seite steht. Du erarbeitest dir am Ende einen Umsetzungs- und Maßnahmenplan, wie du die Inhalte des Bootcamps erfolgreich in deinen Alltag integrieren kannst. Weil das liegt mir einfach sehr am Herzen. Was bringen dir vier tolle Tage, wenn danach alles wieder verpufft? Nein, ich möchte, dass du das wirklich, wirklich in deinen Alltag integrieren kannst. Und du erhältst sechs Monate intensive Unterstützung nach dem Bootcamp. Themen, sowie auch Coaching-Calls. Letztendlich erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist. Ja, und das Ganze soll natürlich live stattfinden, vom 7. bis 10. Oktober auf Ibiza und auch auf Formentera. Das wäre der Idealfall. So war es bisher und es war einfach großartig. Diese Magie von Ibiza zu erleben, diese unglaubliche Macht, die diese Insel auch ausstrahlt und auch noch einen Tag nach Formentera zu gehen, wo wir, das bleibt eine Überraschung. Sollte aus irgendeinem Grunde uns die Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung machen, werden wir es erneut online durchführen. Denn im letzten Jahr, in 2020, habe ich es zum ersten Mal online durchgeführt. Und es war genau so kraftvoll. Das heißt, wenn wir es nicht live durchführen werden, wird es online starten. Und zwar mit einer Woche Vorbereitung. Vier Samstagen Seminaren beginnt am Anfang Oktober. Ein Monat wöchentliche Umsetzung und Integrations-Online-Calls. Sowie fünf Monate 14-tägig abwechselnd Themen und Coaching-Online-Calls. Hast du also das Gefühl, dass das in dieser Zeit genau richtig für dich ist? Dann bewirb dich auf einen der begehrten Plätze. Wir führen ein klärendes Gespräch, in dem wir ganz genau herausfinden, ob Empower Yourself das Richtige für dich ist. Gehe jetzt auf termin.siranus.com, den Link findest du auch in den Shownotes, und buche dir dein Gespräch mit mir. Ich freue mich mega auf dich. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz wundervolles Wochenende, freue mich mit dir zu sprechen und sage bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal.